Drei Gaming-Zimmer-Bauhacks in Minecraft. Wir starten mit einer PS5. Let's go! Wir brauchen dazu Köpfe und Rüstungsständer. Die Commands findet ihr in der Beschreibung. Anschließend platzieren wir sie so auf den Tisch. Als nächstes kommt eine Nintendo Switch und ich verspreche euch, das wird ultra geil aussehen. Wir brauchen Rüstungsständer, dann verschiedene Köpfe und mit Kolben werden die Rüstungsständer an die Position verschoben. Jetzt noch abbauen und fertig ist die ultra realistische Switch. Als nächstes kommt ein Gaming-PC. Auch hier brauchen wir wieder Rüstungsständer. Denen setzen wir verzauberte Kettenhauben auf und verschieben sie. Jetzt noch etwas Quarz für den Tisch. Perfekt! Als Maus platzieren wir eine Kerze in einem unsichtbaren Bilderrahmen. Als nächstes könnt ihr jetzt noch etwas Deko dazu platzieren, zum Beispiel den PC oder ein paar Boxen. Das machen wir wieder mit Rüstungsständern und Köpfen, die wir einfach auf den Tisch schieben. Und fertig ist der Gaming-PC.